Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rekt hier auf Pete's Meat TV. Heute mit allen aus der Sebastian und wir schauen uns heute einen Teilnehmer des Pete's Meat Ice Festes an. Hand of Blood und seine lustigsten Rage-Momente. Ich frage mich, wie oft der Controller weggelegt hat. Das frage ich mich auch. Das sehen wir jetzt vielleicht. Das ist nicht okay, dass das ein Synonym hier mittlerweile ist. Das hast du doch eingeführt. Hat den auch immer nur weggelegt. Vorsichtig weggelegt. Stell dich ihm erstmal vor. Geht dich gar nichts an. Wie geht mich nichts an. Was soll das denn jetzt? Was soll das denn? Hiebts auf die Fresse, du kleiner Affe-Junge. Einfach mich hier anhauen. Kinder, ja, gefehlt hier zur Sache, oder was? Hören Sie mal. Die kleinen Hamfel-Männer hier. Ja, da rennen sie. Ja, ab hier. Weg geht's, reicht. Spuckt er mich an hier? Ich bin nicht Spandau aus der Ömel. Spandau aus der Stadt. Na gut. Ich weiß nicht mehr, was zu sagen. Hast kein Nunes Echo aus, kein Nunes. Wo ist das eigentlich? Ich halte dich. Deine Scheißfresse! Putzfut, Alter. Putzfut, Alter. Was hat er das zu dir gesagt? Ich glaub schon. Kann sein. Ich hab Skana da gespielt. Max wisst ja viele gar nicht, aber Max ist ja eigentlich Cholerika und so. Ja, Alter. Wenn ich klicke, fliege ich raus. Okay, ähm. Alter, geht automatisch. Was ist das für eine Mistgabel? Wo ist meine Cam hin? Alter, das Spiel. Alter, wenn ich klicke, fliege ich raus und die Cam ist verrutscht. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Das war's. Und ich hab die ganze Scheiße nochmal gespielt. Für den letzten Abschnitt, wo ich einfach nur zurückkomme und das Spiel sagt, jo, das war's. Alter. Liederboot? Hört man in diesem Spiel nur verarscht an? Was? Was? Wird das? Was? Wird das? Was wird das? Die haben nur vier Liederboots gerade? Hä? Drei Nutten am Straßenrand. Seht ihr die? Die haben die ja erschaffen. Und jetzt töte ich die scheiß verfickten Nutten an. Die fette noch hinterher. Das Gefühl ist mittlerweile ausgeglichener. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das ist Animal Crossing, Peter, übrigens für dich. Ja, weiß ich. Habe ich das Spielspass noch nicht gefunden. Spannend. Der hat die lächerliche Gaming-Programm. Ich wollte gerade sagen, was macht Dalu denn da jetzt? Seine scheiß Nase zu. Wie wenig Operator damals gehabt. Hallo? Ah, krass. Alter, hol dir ein Taschentuch. Alter, hol dir. Junge, hol dir bitte ein Taschentuch. Dein Maul. Ah, hier ist der Knopf. Ah, da ist dein Leon dran. Ja, echt mal. Wie kann man sich das nicht durchlesen, bevor man da drauf drückt bei so einem Spiel? Was heißt hier durchlesen? Du musst nur diesen Binnen sehen. Warum gibt es hier so einen Knopf? Dumme, dumme Scheiße schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder schlecht drauf. Hundertprozentiger... Was? Nein! Das war die Falsche! Ich schreibe mir das auf. Ich schreibe das hier rein. Rücklicht. Kiste A. So, dann Werkzeuge. Bordera-Kotflügel. Kot. Kolbenbolzen. Kappe der Montagehalterung. Hast du dir einfach auch fehlende Bauteile kaufen, weil da so fett steht? Bin ich auch unsicher. Da fällt sich wahrscheinlich gleich erst auf. Einkaufen. Fehlende Bauteile kaufen. He. 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 Alles aufgeschrieben. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht bislang nichts besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So. Das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Schiff. Moin. 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 Ich will mal was sagen. Das hab ich auch gespielt, glaub ich, für eine Folge. Ich hasse sie. Extra nur für Konsolen. Game, Console, Table. Das hab ich gespielt. Ja, man merkt, der Tisch ist extra. Was ist das? Ich glaub, man könnte so einen LAN-Raum einrichten. Leute kommen zum Zocken. Das ist nicht Internet-Café-Simulator. Das hab ich nämlich gespielt. Aber das ist wahrscheinlich was anderes. Der hat echt die Creme de la Creme gezockt, ey. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ähnlich hieß. Auf jeden Fall kannst du dann so Setups machen, wie du siehst. Mit Spielkonsolen oder Rechner. Dann können Leute kommen gegen Geld und zocken. Ich raste aus. Ich raste aus. Oh, der wird ja wohl auf den Tisch passen. Meine Fresse. Ich raste völlig aus. Warum geht das nicht? Was ist das für ein Dreck? Brauche ich irgendeinen bestimmten Fernseher? Einen Konsolen-Fernseher? Das ist wieder so ein Röhrending. Das passt doch niemals. Oh, nur noch ein Fernseher. Dann läuft es hier. Machen wir noch 2% drauf. Auf 10. Hallo? Nein, du willst nicht auf 10! Oh, was warst du jetzt die Mausgeschwindigkeit ganz runter? Mausgeschwindigkeit runter? Ich krieg dich auf 10, wenn es das letzte ist in meinem verkackten Leben. Das ist ja sehr schön, ey. Alter, das ist doch verarsche! Ich hau' da 100% rein. Aber es gibt nur 99, weil die 10 fehlen. Wie kann das denn sein? Das ist ja komisch. Wie kann das denn sein? Das ist ja wirklich sehr komisch. Ey, wie niemand auch jetzt in der Runde danach darauf kommt, dass das eine Variante ist. In was für einer Affenrunde spiele ich hier Among Us? Aber Amar, hast du mich gut durchschaut, die Runde? Ja, nach vorne. Scheinwerfer an, aus, auf L. Fahrer, Stand, Beleuchtung, ist das laut? Ach geil! Ist ja auch High Resolution, Mensch! Da erkenne ich ja alles! Sola, hier! Sola, hier! Sola, hier! Reparieren den Generator! Er würde mich jetzt wegschleppen, in der Zeit kannst du den Generator reparieren. Ja, aber wo ist das denn? Bist du behindert? Bist du behindert? Der Generator ist genau vor! Das ist halt wirklich, das grenzt an Körperverletzungen. Ich mein, ihr bekommt das hier gecuttet. Aber die Tage vergehen hier und ich bekomme einen Kunden pro Tag. Ah, 5 Euro. Das scheiß Spray kostet 4 Euro. Wohnen kostet pro Tag 2 Euro. Wer setzt sich denn hier hin und grindet dieses Game für 4 Euro? Ich seh keinen Sinn jetzt hier mehr. Also, es tut mir leid. Ja, sorry, Leute. Das kommt mir auch bekannt vor. Also, das ist euch das brutalste Kackspiel auf Erden. Das ist schon wieder die Vollschicht! Ich krieg nen Cock in den Arsch! Geil getötet! Omen-Zerstörer ist OP! JEE-STILL-HALF DEIN MAU- Ist das ein Flieger? Ist das Gen-Manipuliert? Hören Sie mal, hat dieser Mordnehmer diese Kuh da Gen-Manipuliert? Was sind das für ein Wichser? Hören Sie mal, jetzt mal ganz ehrlich. Die haben ja nicht mal Platz zum Kacken. Ah, hören Sie mir auf! 2015, hab ich schon gesagt, das ist broken. Und jetzt gibt's immer diesen neumodischen Erscheinungen. Die kommen wahrscheinlich direkt aus Friedrichshain, ja? Äh, von wegen... Oh, gibt jetzt ne neue Taktik hier mit Tarek. Der hat ja ne Ulti, macht unbesiegbar. Und dann machen wir doch Serien und ein bisschen Lolo. Und mit hier geht's dann richtig ab. Und ich so, ach ja! Gibt's hier Bullshit? Oh, das kenn ich auch. Push to talk X. Ruhe jetzt mal alle hier! Ich will wissen, wo ich bin! Ähm... Gut. Das war's an dieser Stelle! Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß! Ich nicht! Ja, dann können wir uns ja überall wiedersehen, so ein bisschen, ne? Ja, irgendwie schon. Ja. Kann man nicht verstehen. Ja, wir werden uns wiedersehen. Werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen. Werden wir sehen, Dennis. Das war die lustigste Rage-Momente von Hennoffblatt von seinem eigenen Best-of-Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, haut rein! Tschüss! Tschüss!